Eier Hört sich alles gut an Ich nehm alles Okay, alles zusammen mit einem Burger Ja, richtig Mit Senf Nee, Essig Mehr Rettich Ein Rettich, ein Rettich reicht nicht, wir brauchen mehr Rettich Ja, richtig Mindestens zwei Ah ja, Mehr Rettich Wo ist hin? Da Deinem, oder? Hi Mark Ich dachte, sag jetzt Hi Mark Hi Mark Hi Hi Allah Akbar Was ist denn gekommen? Nee, ich hab einfach auf Stefan geballert, hab wieder schocken Ja, das wär eh prepared, aber irgendjemand ist schon falsch angestorben Ich bin Gillette Abdi Ja, das war Ach schon Das ist ne Discom, pass auf Das war ich gerade, der runtergesprungen ist und dann gestorben ist Achso, ich sag grad schon, was ist nicht Ulis, Ulis, Ulis Ja, grüß Ja, grüß Ja, geht doch weg Nein, grüß 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 Ja, auch Ja Ey, jemand hat, äh, den Deathhacker oder so, glaub ich, ne? Ich weiß auch noch Ja, aber aus der Force Ja, aber dann wieder gezeigt wird Und warum, warum ist das in Starbios? Ich hab keine Leute Keine Ahnung Hallo Hi Oh, ich wär fast runtergefallen Ja, ich weiß Ja, geil Wes Ja Mobbing ist oben Was machst du? Ja Ich fuck dich ab Ja, aber warum ich? Du wolltest grad in der Nähe warst Wieso denn bei mir? Ja, Stein 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 Schau'n Stein Stein Stein, Hilfe, oh Gott, der steht hier noch Okay, warte, dann hast du die Steine nicht Au Nein, der ist hier grad explodiert Hallo Hä, was lauerst du? Johannes Schnauze Hallo Warte, ich komm mit Ich fühl mich sicher ein Kräger Weiß nicht warum Aber sein süßer Arsch stimmt mich an Das ist so'n süßen Arsch, Alter Warte mal, wer ist denn deine Mausch eigentlich? So'n richtiger Apfelpopo Luis, verpiss dich Oh Fuck Fuck, jetzt renne ich auch noch los Boah, nein, jetzt kommen auch noch alle Hey, hallo, Mark Wer lebt da? Hey, ich wurde abgeschossen Hä? Ich hab'n Schuss, hör'n Was, du? Nein Ja, doch Ja Ich hab' aber nicht auf dich geschossen Oh Ja, aber du, naja Ja Okay Johannes Warte mal kurz Nö Ich bin immer der Erste, der stirbt, wenn ich Traitor bin Immer Johannes Das ist soo frustrierend Wer lebt denn noch? Johannes Boah, bist du scheiße ey Wo ist er denn, der Pisa? Weiß nicht Habt ihr jemals drüber nachgedacht, dass ihr vielleicht die Falschen beschuldigt? Das kann auch sein Äh Bin ich mir ganz sicher Ne, ne, das kann nicht sein Bin ich, äh, nein Ich beschuldige immer absichtlich die Falschen Ja Wurde du auch nicht? Entschuldige die richtigen und dann absichtlich die Falschen Du bist tot, glaub' ich Das ist Luis Ah Mark Hi Ich seh' ihn unten Mitte Baba Baba bei 300 Als ob da keine Credits drin waren Was bist du für'n Lappen, Chris? Ich hab' auch für keinen Plan, wo ihr seid, ne? Das ist gut so Auf der Map Auf der Map Ach so Übrigens ist hier Stefan tot Er ist im Laden Oh, sag mal In nem Waffenladen Der kauft nur Sachen für seinen Schwich, ist okay? Er geht weiter Vorne Da ihr alle nur scheiße spielt Die Treppe runter Doch nicht Er ist wieder hochgegangen Er war nur auf dem Balken Er ist beim Haus nach dem Waffenladen Aua Okay Auf mich wurde geschossen Gehen gut hier, gehen gut hier Er sittet Okay Okay Wer ist im Haus Okay Eheh 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 Easy Ja, Mann Ja, Mann Aber Johannes, weißt du, wie die Dose du grade hattest? Wieso? Als du mich wegkriegst? Schnell bis die Punkte davor hab' ich grad abgedrückt Danke, Johannes Er hätte dir gar nicht den Kopf weggeblasen, wenn du mich grad nicht Oh Danke, Johannes Das war, ja, ich hab zu spät gesehen, dass du da in der Nähe bist Also, ich hab halt Ja, ich hab mich umgedreht und Robin war der Einzige der mich Ja, ich hab mich hinter der Wand versteckt Ich dachte halt, das wär irgendwer anders, der dann einfach zu Render beschuldigt wird Aus Christenssicht, aus Christenssicht kann ich das Bild verstehen Aber das war dummerweise Robin, das hab ich zu spät erst gesehen, das war dumm Ja, das ist aber momentan normal, dass, also auch das, wenn, ich sag so, Stefan Ja, du hast mir zu schnell geschossen Ja, mein Ende Oh, wer ist da ganz wunig und nimmt die Treppe Ich Kein Wund, äh, nicht wundern, ich hab ein bisschen Schaden, falls das da irgendwie steht Ich bin bei 7,8, ich hab weg Ja, das war mein Ziel Nee Wir haben ein Diegel, warte, wir haben ein Diegel Chris Warte, das ist so, Aua Ja, ein Diegel Warte, 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 wir müssen das hier drinnen machen, so, du gehst mal weg Scheiße, ich hab getroffen Ja, du, der hat, ja Wau, hä Hä, wieso hab ich das Oh, das war ein Unfall, sorry He, 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 he Aua Ich hab grad irgendwo runtergefahren Ey, warum schießt du auf mich, what the fuck Wieso? Ey, wollt ihr mich einfach nur töten, oder was ist euer Auftrag heute? Oh, okay, Robin Ich nenn's zurück Ich dachte grad, ich hab drei Indos und gekühlt Warte mal, jetzt leben noch Robin, Stefan und ich Ja, das heißt jetzt Hä, Moment, ne, denn einer von euch ist Traitor, ich bin's nicht Auch wenn ich grad drei Indos und weggemacht hab Robin Ja, ah Robin Hä, sag mal, bist du so schlecht wie ich beim Treffen, oder was ist los? Ja, natürlich Ja, Mann, Alter Endlich normale Alter, ist das belastend sein, ungroß Opa, Mann Mann, Alter, wie alle immer auf mich schießen müssen Hätte ich jetzt nicht schießen dürfen? Nein, darum geht es doch gar Ich hatte nur noch 27 AP, Mann Ja, das war meine Schuld Ja, das war meine Schuld Mann, alle immer wenn ich zu Hause bin, alle schießen grundsätzlich auf mich Mann, das ist so abfuckt grade Komm, kurz schnell Robin, komm zu mir Komm, komm zu mir Ihr solltet einen Ritual lassen, ganz im Ernst Und Johannes schickt dich ganz im Ernst, hat er Was soll denn die Scheiß sein? Dass ich dir, dass ich den saadigen Head angebe Ja, lass doch einfach mal den Scheiß Ja, lass doch einfach mal den Scheiß Dann machen wir zu zweit Lewis weg Und dann macht mich Stockmann auf einmal weg Sag ihm auch zu zweit Lewis Ist doch eigentlich Ich weiß nicht, was ich glaube ich Stefan weggemacht hat Boah, schon wieder schade Echt, 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 echt Wie hoch war die Chance, dass ich hier, dass ich jetzt 3 Indos hier herumgestehen hab Ja, pff Ich war zwar ein Trader, aber trotzdem Du lebst gefällig, mein Freund Wieso ich? Micho müsste derjenige sein, der gefährlich lebt Wo wissen wir? Wieso nicht gefällig, was mach ich denn überhaupt? Da hinten ist Robin Genau das Boah, ich hab mich erschrocken Ich hab ne Diegel Ich auch, warte Warte, hab nicht drauf gespielt Nein, Lewis, warte kurz Hey Hey, hey, lass den Scheiß da oben Was, wüsst du was? Was machen die beiden Kinder, dein Ned, schon wieder? Dasselbe wie vorhin auch Ne Diegel, jetzt hat wieder der ein oder andere Hey, Lewis hat den weggemacht Ja Oh, Lewis ist weiter Nein Geh, da ist Mark Boah, Alter, hab ich mich grad erschrocken Irgendeiner hat die Treppe deaktiviert Oder ausgelöst hier Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll Ich traue keinem mehr Ich muss hier weg Was denkst du, was ich hier mach? Als wenn ich hier jetzt noch irgendjemanden traue Wenn dieses Radar nicht wär, dann könnte man sich hier auch gut verstecken, aber Moment mal, wer ist jetzt Johannes und Chris sind tot? Und Lewis hat, äh Und Lewis hat, äh Äh Robin, den lass ich mal, wer soll in Ruhe Hä? Ich hoffe, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich tot bin Hä? Von unten kam gerade ein Schuss Ja, und da hinten ist es Mark Okay, Mark und Lewis sinds Ja, ich weiß Ja Moment, niemand will ich dich hier Marken ohne meine Erlaubnis Hm Schade Wo ist denn Robin? Ich will dich gar nicht sagen Warte mal, hab ich dich gerade gekillt? Ja, oh oh Hihihi Ah Er weh Den hast du gekillt Hä? Luis glaube ich Ne Den hab ich getötet Ein Problem, hab ich gern gemacht Ich hab sogar noch fast ein komplettes Magazin hinterher geschossen Schade Schade Why you have to be mad? Mic off Hh 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 Da steht er Hh 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 Robin, was hattest du mit der Leiche gerade vor? Wollt die zusammen packen? Das dw9 aufbring Ja, wollt ihr beide gleiche, Frau Kuppin Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. Nein, nicht den billigen. Nein, nein. Das ist nicht gut. Nicht gut. Wie ein Alfa. Wie ein Alfa. Wie ein Alfa. Warum? Ich weiß, Batsch. Ich hätte auch was anderes sagen können. Ey, Johannes. Johannes, du hast minus vier Punkte. Ja, das ist... Ich weiß nicht, was das zur Ursache hat. Vielleicht, weil du Christen schon Parade gemacht hast du ohne? Du hast mich vorhin weggemacht, du Lapperbacke. Ja. Johannes. Deswegen auch noch mal ich dich. Ich dachte schon, du nimmst die Treppe. Was hast du da gerade in der Ecke gemacht, Stefan? Du standest da gerade. Bisschen auffällig. Hier? Warte. So ungefähr, gell? Ja. Johannes geht in den Form rein. Ich bin gleich so tot. Ich weiß es, ich bin gleich so tot. Gisgo! 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 Nein! Gisgo! 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 Das klappt nicht. Scheiße. Hallo! Chris und Johannes! Ja okay, pass auf. Nein! Ja stimmt doch. Wir beide... Seid' Dich dort? Ja... Und... Ich bin Innocent? Ja die beide waren im Turm und da sind lossy die Sturm. Nein! Okay, der hockt am Spawn. Nein, also Marc hockt am Spawn und gammelt da. Nein, ich gammel da nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, für ein leckeres Gerücht. Der eine hat einen Sniper von denen. Nein. Ja, jetzt fast down. Das, Louis, ist deine Leiche da drin. Nein. Oh, ich will die Leiche. Was? Was? Will das nicht? Au. Ja, Lernst du? Du hast es ja behindert. Bin mir nicht sicher. Ich werde es jetzt aber auch nicht ausprobieren. Ich auch nicht. Wir haben uns dezent. Wir haben Probleme. Wir haben uns neigen Tau geschaut. Fakt. Da hat sich da was reingehört zur Munition, ne? Ja, die wurde definitiv ausgelöst durch die Leiche. Okay. Den drin ist da. Also, ja. Das heißt, wir kommen aber wieder raus. Ja, da müsste er jetzt gehen, wo die Dinge sind. Ich glaube, Louis ist am Boden, zerstört so, wie er da liegt. und ich ab okay die die Sonne von draußen angucken wie sie es aus ich ficke Opfers wie Nuten ich hab kein Pokerfeuer in Ghetto-Slang du hecken Pennerhäste vor der Gloss abgeschüttelte Männer der Johannes liegt da irgendwie so in der Fötusstellung ich hab nur eine Chance was hh was war das? richtiger Kevin alter ich hatte nen Deathfaker hh hh scheiße das war ne geiler spawn hast hh 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 wieso haben wir damit die F'n? hh gar nicht hh hh achroll du warst auch schon tot nein er ist gerade eben erst gestorben achso ok ach das war ein Gottrapositiv warte aber wie ist denn Johannes gestorben? ja der hat rausgeguckt und ich hab ihn erschossen ich hatte 10 HP ey der geht n Stück raus und robben die jagt ihm einfach so und hält den Shotgunschuss rein jo ja sicher gut ja als ich euch zwei da gesehen habe und ihr mich grad angeguckt hab Johannes und Chris ich wusste gleich was los ist ja weil du bleibst auch noch in der Ecke kurz und ich hätt's wissen müssen kurz nochmal weg dann sehst du wie Johannes äh wie da keiner ist und Johannes wegguckt und dann so ja ne? ja sowieso ähm Chris oh lol ich wollte Waffe wechsel sorry jajajaja das hätte ich jetzt aufgenommen ja ich wär vorsichtig nicht die zwei Somide mit ich muss hier weg oh shit fick dich grüßt hau heiß 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 was macht ihr denn sonst schon wieder? ich wurds gefeuert hm 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 Was denn das Wort ist? Ich hab mir... Oh, ey, oh! Ich hab mir vielleicht selber... Nein, ich doch! Hä? Willst du hier oben sein? Nö, alles gut. Alles gut. So, das hat geklappt. Warte. Hat die Treppe schon unter? Hä? Mal gucken, wie lange. Auch da muss ich die ganze Zeit machen. Warte mal, hier oben war doch irgendwo... Er hat eigentlich gerade mich geschossen. Weiß ich nicht. Nicht. Wo, Chris? Moment mal, ich nicht. Was denn? Johannes? 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 Wo kommt der jetzt her? Was macht Luis durch die? Was? Hey Luis! Hey Luis! Ja, ich weiß. Darum sag ich ja schieß, weil ich gehe. Irgendjemand ist schon wieder am Tor. Kannst da drinnen bleiben. Und das ist ein Traitor. Ja? Und das ist... Luis hat gerade Johannes erschossen. Oh, interessant. Oh, ähm, ich komme durch. Oh, das ist raus. Da springt einer. Da ist einer runtergefallen. Es ist eine Leiche. Es ist eine Leiche. Ja, ja. War wahrscheinlich dann die von Michel. Und ich schätz mal, Luis ist da oben. Jo. Äh, Robin wird angekommen. Ja, ich seh's. Aber ich seh nicht von wem. Ey! Ich treffe aber auch noch nicht richtig. Äh, Luis auf jeden Fall. Ja, wär gut. Stefan? Ja? Okay, also. Luis ist safe einer. Wow. Der hat diesen Drang, dass du keinen Fallschatten kriegst und mit einer Explosion landest. Süße Ötzi! Äh, oben im Turm drin. Aber bei mir, hier ist einer an der Nähe. Okay, ja, warte. Dann ist das andere Stefan. Huh! Lass mich doch in Ruhe! Nein! Ich hab noch 12 AP! Luis hat gerade auf mich geschossen. Ja, der ist Trader! Das weiß ich! Ich weiß, aber... Ich hab ihn. Ja, nice. Magst du confirm? Ich hab auch auf ihn geschossen. Hab ich schon. Gut. Dann ist jetzt nur noch Stefan. Das ist logisch, dass er nur noch Stefan ist. Wo ist der? Der war, glaub ich, im Turm drin. Ja, oben! Ganz oben! Der Stein! Komm schon. Ah, schade. Das gibt's doch mal! Ja! 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 Ich hab einen Schloss erst mal mit dem Das ist doch interessant. Das ist jetzt... Hm! Doch kacke! Das geht, was geht es nicht! 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 Hättet ihr gehabt'n Geld? Hättet ihr gehabt'n Geld? Nein, die Kaffee kommt nicht bei mir an! Nicht? Och, scheiße! Ach, Minno! Habe ich'n Fehler gemacht? Egal! Ach, da ist der! Okay... Wie mach' ich das jetzt? Was ich so gerne hätte... Oh, ihr habt schon lange Mühe! Junge, bin ich dumm? Bin ich dumm? Sag mal, wie kann ich dich nicht getroffen haben grad? Ja... Ähm... Teen-Room! Das klingt doch erotisch! Ich hab' leider einen taktischen Fehler gemacht vorhin, aber... Gegen den! Ja, ich hatte gehofft, dass du an deiner Melanie...